Wird der Ausgang dieser Situation gut? Ja, das ist so das Thema hier dieses Videos. Wir haben zwei verschiedene Orakel, zwei Steine. Du darfst jetzt gerne, herzlich willkommen hier, schön, dass du zuschaust. Ihr dürft jetzt gerne also einen von diesen Orakeln quasi auswählen für deine Situation. Und da könnt ihr jetzt auf alles Mögliche legen lassen. Das ist jetzt nicht eingegrenzt. Also ihr könnt verschiedene Themen nehmen. Also ihr könnt einen Job nehmen oder eine Liebesverbindung oder eine Situation allgemein. Könnt ihr mal gucken, ja? Und zwar, wir haben hier das erste Orakel. Das wäre das erste Orakel. Und hier der helle Stein ist das zweite Orakel, ja? Könnt ihr jetzt gerne mal aussuchen, auswählen. Und wenn du mehr Zeit brauchst zum Auswählen, dann stoppe das Video bitte. Und lass dir mehr Zeit, ansonsten würde ich gleich mal loslegen. Ich bin jetzt hier mit dem Dark Fairy Tarot am Start und lege damit aus dem Scarabeos oder Scarabeo Verlag, ja? Gut, ich mische live und lege dich mal hier ins Off. Und wir beginnen hier mit dem dunkelroten Stein. Und schauen wir mal, ich brauche erst mal drei Karten, höre ich, auf deine Situation. Wir haben einmal den Herrscher auf dem Kopf. Oder was ist das? Ne, das ist der König der Kelche, Entschuldigung. Also das ist der König der Kelche, das ist ein sehr, sehr passiver Mann. Also die Message kommt mir sofort rein. Das ist einfach ein, wahrscheinlich ist es für manche von euch hier eine Liebessituation mit einem Mann, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch so das, was am meisten gefragt wird. Aber das kann auch ein anderer Mann sein in einer anderen Situation, ja? Das kann auch, wenn du irgendwie mehr Kontakt, mehr Aktion von einem Mann erwartest. Das kann ja auch im beruflichen Kontext sein. Also, dass man irgendwie Bescheid bekommen möchte zu irgendeiner Sache, ja? In einem anderen Kontext. Dann wartest du hier wahrscheinlich auf ein bisschen mehr Bewegung von diesem Herrn, ne? Wir gucken einfach mal weiter. Ich brauche da immer ein bisschen mehr Karten. Oder es ist immer besser, mehr Karten zu ziehen meistens. Außer man bekommt natürlich schon gleich eine mediale Botschaft irgendwie rein, ne? Hier hat sich jemand färbt, pö, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, kann es sein, dass du geghostet wurdest. Oder dass jemand den Kontakt mit dir nicht mehr sucht irgendwie. Oder einfach sich davon gestohlen hat, auch keine Lust hatte zu reden. Also der kommt mir auch sehr, sehr passiv rein tatsächlich. Tatsächlich. Als wäre das so eine Eintagsfliege. Als wäre da nicht viel. Und du bist mit dieser Situation am Hadern, irgendwie am Kämpfen, ja? Du kommst mit deinem Territorium, sage ich jetzt mal, nicht ganz zurecht. Mit dem Platz, den du hast. Mit der Situation an sich. Du fühlst dich hier wahrscheinlich auch irgendwie gefangen in dir, so. Also sowas kommt mir so ein bisschen rein. So wie so ein Konflikt, sieben der Stäbe, ja? Man kommt mit der Situation gerade überhaupt nicht klar. Weil das ist eigentlich die Karte, die sagt, dass man so sein Territorium verteidigt. Das ist auch so die Karte der Eifersucht, des Neides manchmal, aber auch so der Verteidigung ein wenig. Nicht, dass man so ein Territorium hat, das steht, zum Beispiel ein Haus und das verteidigt. Oder ein Stück Land und das verteidigt. Das sind so diese, ein bisschen die traditionellen Deutungen. Und du struggelst mit dem Territorium, wo du gerade bist. Das kann auch noch ein anderer Zusammenhang sein, wenn du nach einem Job fragst oder nach einer anderen Situation. Ihr münzt euch das bitte so um, wie ihr wollt, ja? Also ihr müsst es heute euch ein bisschen interpretieren. Ich werde jetzt nicht alle Szenarien in allen Lebensbereichen aufzählen. Weil dafür sprengt es hier den Rahmen. Das ist hier nur so ein allgemeines Video. Aber ihr müsst euch das ein bisschen ummünzen. Es kann auch eine Situation sein, die jetzt anders ist, wo es mit der Liebe nichts zu tun hat. Und dass zum Beispiel Vorgesetzte nicht erreichbar sind, weil du was Wichtiges fragen möchtest, ja? Also da müsst ihr euch das wirklich selber drehen. Anders bin ich auch erreichbar für persönliche Beratungen, wenn es um ein spezifisches Thema geht. Also habt da bitte Verständnis, dass ich da jetzt nicht jedes Szenario rauspule. Und ich glaube, das macht es auch voll unübersichtlich, ja? Also genau, das ist so die Gesamtsituation. Also was mir sehr reinkommt, ist so, mit dieser Freiheit in Anführungszeichen, die ja dann zwangsläufig da ist, wenn man jetzt auf jemanden nicht zählen konnte, so. Damit muss man natürlich klarkommen. Man muss sich natürlich dann auch versuchen, darin glücklich zu sein. Also man muss jetzt gar nichts. Man kann auch Trübsal glasen, ja? Verboten ist es nicht. Aber die Frage ist, ob es besonders förderlich ist, ne? So. Also das ist so die Gesamtsituation jetzt erstmal für dich. Jetzt schauen wir doch mal, wie geht es denn hier weiter. Ist dann schon so ein Happy End in Sicht? Geht es dann jetzt weiter, was dich glücklich schätzen könnte? Also ihr werdet euer Gefühl nach Sicherheit, ja? In welcher Situation du auch immer hier fragst, das Gefühl, sicher zu sein oder wenigstens einen Boden unter den Füßen zu haben. Was mir auch reinkommt, für manche könnte das auch hier so eine Vermietersache irgendwie sein, ja? Oder weiß ich nicht, weil das kommt mir jetzt auch so rein, weil dieses Territoriale. Also ihr werdet vielleicht sogar an einen anderen Ort fahren, falls es Thema ist. Oder ein anderer Ort kann aber auch virtuell sein. Das kann auch das Internet sein zum Beispiel. Und da werdet ihr ganz logisch einfach nach eurer eigenen Sicherheit hier suchen, ja? Diese Sicherheit ist erstmal so ein bisschen, also das Tarot möchte sagen, du verdienst mehr als diese Popelsicherheit, ja? Also wenn du fragst nach einem Job oder so und du hängst dich irgendwie an einem Beruf fest, was du irgendwie früher mal gelernt hast oder so. Hier wollen die Karten sagen, das ist eigentlich eine Popelsicherheit. Ja, er hat seine 2000 Euro Brutto auf dem Konto oder so, aber was ist denn das für ein Geld, ja? Versteht ihr, was ich meine, ja? Es muss so ein bisschen... Also du verdienst mehr und es ist auch mehr möglich als diese vier der Münzen jetzt. Und dafür, entweder suchst du dafür im Internet oder du gehst in die Welt hinaus. Und in der Welt oder so, das kann auch wirklich zu Hause sein, weil es ja auch der Platz in der Welt, den man selber einnimmt mit der Karte, die Welt. Aber hier sieht es echt aus, als würden deine Bemühungen in Zukunft auch auf jeden Fall Früchte tragen hier. Also wir schauen mal weiter, wenn du so weitermachst wie bisher oder das machst, wie du geplant hast. Da kommt auf jeden Fall eine neue Chance auf dich zu. Und wir haben die Acht der Kelche. Aber du wirst es auch wieder verlassen oder jemand wird die Situation verlassen. Und zwar schweren Herzens. Die Karten möchten dich, glaube ich, auf etwas... Ja, das kommt mir ganz stark rein. Du sollst deinen Horizont erweitern. Sagen mir die Karten, sagt die geistige Welt. Viele hängen sich zu sehr am Alten fest oder an Möglichkeiten, die früher relevant waren, aber heute vielleicht sich langsam so ein bisschen todtrampeln, ja? Also so das Beispiel mit dem Job. Oder man wartet auf eine bestimmte Person und diese Person verhält sich einfach nicht so, wie man das gerne hätte. Oder sich wünscht von einer Person in der Liebe oder sonst wo. Und ihr versucht so eine Sicherheit, so eine kleine Sicherheit für euch zu bekommen. Aber die Lösung liegt im Großen. Die Lösung liegt darin, sagt hier die geistige Welt, dass du nach höherem Streben darfst. Also deine Möglichkeiten ausloten und gucken, was ist auf der Erde möglich natürlich. Weil nach höherem können wir alle streben. Aber es ist halt auch blöd, wenn wir streben, streben, streben und dann kommt nichts bei rum. Also man soll schon geerdet bleiben mit den Münzen, das auf jeden Fall. Aber du bist mehr wert, als das, was hier los ist. Wenn du das tust, was passiert denn dann? Genau, dann hast du viel mehr Spaß, auf jeden Fall. Das wird dir Freude bereiten, in diese Richtung zu gehen. Und jeder weiß auch, um was es geht, ja? Also du hast bestimmt dein Thema im Kopf und du weißt jetzt auch schon intuitiv, um was Phase ist. Ja, du wirst wahrscheinlich deinen Schweinehund ein bisschen überwinden müssen. Das wird langsam vorangehen. Irgendwie wirst du dich ein bisschen blockieren jetzt erstmal. Aber hier ist ja schon die Schnelligkeit, nur sie ist halt auf dem Kopf, ja? Hier sind, hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit, ein viel besseres, eine viel bessere Möglichkeit, eine viel bessere Situation zu manifestieren, die viel mehr Boden hat. Das ist auf jeden Fall so. Die Möglichkeiten sind auf dem Kopf. Hier sollt ihr innere Arbeit machen, euch fragen, warum. Ach ja, und jetzt kommen Vaterfiguren. Also ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, ihr wurdet wahrscheinlich erziehungsmäßig blockiert von irgendeinem. Frauen müssen uns Männer sehr gut aussuchen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Weil auf Sexualität ist, ja, das Problem ist, man hat dann am Anfang Spaß miteinander, eine gute Chemie. Aber am Ende hat man halt eine Person an der Hacke, die man vielleicht vorher nicht so richtig kennengelernt hat. Und das ist natürlich problematisch. Und dann kommen natürlich Verbindungen raus, wo wieder Kinder herauskommen. Und wenn ich bei dir wieder sehe, nicht wieder. Also ich meine jetzt nur, dass es so gang und gäbe anscheinend. Weil Mutter Erde ist auch ein grausamer Ort, ja? Das wird so ein bisschen verklärt und alles. Aber Mutter Erde ist halt knallhart auf Vermehrung ausgerichtet, ja? Schau dir Wildkräuter draußen an. Alles sprießt und blüht. Aber das ist auch nicht immer schön, weil das vermehrt sich auch viel Scheiße dabei, ja? Ich meine, es wird einfach vermehrt, vermehrt, vermehrt. Und dann hat man ein Vaterthema an der Backe, ne? Und ich sehe hier halt, der hat dich halt irgendwie in seine komische kleine Welt da erzogen, ja? Und kennt selber nix eigentlich. Und dann darfst du da drin rum versuchen, irgendwie, was weiß ich, geh deinen eigenen Weg, ja? Es ist dann halt, man muss sich halt hinsetzen, ähm, eventuell. Weil hier ist eine coole Möglichkeit für dich, ja? Du kannst gut vorankommen. Aber du musst diese Hürde, glaube ich, noch nehmen, ja? Schaffst du das noch? Ihr sollt halt in die Tiefe gehen, meditieren, das wirst du tun. Oder du wirst es in Erwägung ziehen. Vielleicht wirst du auch erst mal andere Sachen machen. Was passiert? Ihr werdet irgendwie viele Menschen kennenlernen und viele Kontakte knüpfen. Wenn Kontakte knüpfen für deine Sache hier wichtig ist, dann ist das sehr gut, ja? Schauen wir mal, wie ich hier auf fand. Ja, also du wirst für dich den richtigen Weg hier finden, auf jeden Fall. Aber, so, und das ist das, was ich wissen wollte, sind alles Frauen auf den Kanälen, auf diesen Tarotkanälen, ja? Wahrscheinlich bist du, ist auch ein vereinzelter Mann halt darunter. Hallo, ihr Lieben, also dürft ihr euch hier gerne auch mingeln und sammeln und gerne auch viele verschiedene Leute gucken, ja? Es müssen nicht Frauen sein, aber natürlicherweise ist es so, dass sich Frauen oft auf solchen Kanälen verirren, sage ich jetzt mal. Und das ist genau die Scheiße. Genau das, was ich mir dachte, kommt jetzt eine negative Karte am Ende oder nicht oder so. Und das ist das, was ich vermutet habe, ja? Aber ich habe den Karten schon eine Chance gegeben, auch einen guten Ausgang zu machen. Frauen haben gelernt, ja, vielleicht auch von ihren Vätern, oder bewusst oder unbewusst, ja? Aber es wurde gelernt, dass man sich unbedingt einen Partner suchen muss, um glücklich zu sein. Und hier suchst du einen Partner und landest in der Scheiße. Dabei sind deine Möglichkeiten so groß und so viele und du könntest deine Möglichkeiten, deinen Horizont erweitern und neue Wege gehen. Das ist angeraten hier, weil sonst sucht man wieder nach Liebe und findet leider nicht den passenden Deckel. Aber den gibt es natürlich, ja? Ihr Lieben, das war Orakel 1. Man kann natürlich hier noch tiefer reingehen, das ist klar, ja? Aber ich will euch auch nicht langweilen mit zu langen Videos. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch sehr individuell dann immer das Thema. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne auch bei mir melden für ein persönliches Reading. Ich arbeite mit den Tarotkarten traditionell. Aber ich mache auch Komplettanalysen und kann auch sehr gut Daten, wie zum Beispiel dein Geburtsdatum, bearbeiten. Und zwar angepasst an dein Thema, nicht einfach so, ja? Meine Möglichkeiten sind Numerologie, Astrologie und das Human Design. Und dann bin ich sehr, sehr treffsicher. Karten mit den Karten auch schon sautreffsicher, ja? So wie alle Kartenleger, die gut sind und so. Um Gottes Willen jetzt. Aber wenn man noch die Daten dazu nimmt, dann treffen wir eigentlich die 100%. Ja. Gut, ihr Lieben. Und dann können wir mal richtig tief reingehen, ja? Und so richtig gucken, okay, das ist, wenn du andere Wege gehst und so. Und genau. Okay, dann machen wir mal hier das zweite. Zweite Steinchen. Dann gucken wir mal. Ich lege euch wieder ins Off, ja? Dann habe ich die Hände frei zu mischen. Also, gibt es einen guten Ausgang? Bist du schon in dieser Energie, das zu manifestieren, was du dir hier erträumst, ja? In dieser Situation oder sind noch irgendwelche Sachen, die man wegräumen muss? Das schauen wir jetzt hier. So, wir haben einmal die drei der Kelche. Hier sind Gruppen anscheinend wichtig. Fünfte Stäbe. Fünfte Stäbe ist für mich auch ganz oft, viele Köche verderben den Brei. Hier, was mir hier reinkommt, ist auch, es gibt auch viele andere Menschen, die vielleicht das Gleiche manifestieren möchten wie du selber. Oder sie wollen deinen Partner irgendwie. Und, ja, oder so eine Art Partner, wie du jetzt zum Beispiel hier fragen möchtest, ja? Die einen fragen nach der Liebe, die nächsten nach dem Beruf, ne? Das ist ja immer verschieden. Das ist ja einfach nur die Situation und der Ausgang dann der Situation. Und ich sehe hier, dass es jeder gerne hätte mit dem Buben der Kelche, was du gerne hast, was du gerne haben möchtest oder was du manifestieren willst hier oder wo Stabilität bei dir einziehen soll, ja? Also, du bist nicht die Einzige oder der Einzige, die das will. Aber Bube der Kelche ist natürlich so eine kleine Herzkarte, eine kleine Wasserkarte, eine kleine Gefühlskarte, so genau sagt. Das heißt, ob dann wirklich alle, die das auch anstreben, wirklich bis zum Schluss durchhalten, folgt die andere Frage, weil Buben sind Kinder. Buben sind sehr unreif, ja? Es gibt auch Menschen hier in dieser Gruppe dann oder halt ganz viele, nicht dich, aber so ganz viele in deiner Situation, die ja vielleicht aufs gleiche Ziel streben oder auf denselben Partner ein Auge geworfen haben, ja? Also, das ist so, du passt es wieder deiner Situation an. Dann kommt mir hier ganz klar rein, dass nicht jeder den Weg so zu Ende gehen wird. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt einen bestimmten, ich sag mal, Partner haben will oder einen Kaliber an Mann oder einen Kaliber an Frau. Dann gibt es einmal die Träumerchen, die sagen, ja, wir sind ja alle so seelenverwandt und nur die Seele zählt. Und irgendeine Seelenverbindung ist ja viel wichtiger als alle anderen Geschichten. Und die anderen denken sich einfach pragmatisch, okay, was muss ich denn tun oder unterlassen, um so eine Person in mein Leben zu ziehen? Und dann geht aber die richtige innere Arbeit los, weil man muss erstmal anerkennen, das Manifestation, und das habe ich auch in einem Community-Tab vorhin geschrieben, also oder vor ein paar Tagen, vor einer Woche eigentlich, genau, das Video kommt am Sonntag raus. Also, auf alle Fälle, Manifestation, die erste Silbe von Manifestation ist Man. Man mit einem N, ja? Aber das ist das Synonym für männliche Energie. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mir ist das ewig nicht aufgefallen. Das ist mir auch letztens mal so aufgefallen. Vielleicht hat es auch schon irgendein Coach auch schon mal gesagt irgendwo. Das kann natürlich möglich sein, ja. Aber wenn du mal überlegst, ja, das ist männliche Energie, Manifestation kommt von Machen. Das heißt, also, die meisten Leute sind so ein bisschen, ich sage mal, schrullig-spirituell oder pseudospirituell und denken sich, ach ja, Seelenpartner, ich muss nur auf der Couch sitzen und dann kommt er. Das ist natürlich Blödsinn, ja. Dann kommt eine andere und schnappt ihn dir weg. Also, herzlichen Glückwunsch. Und die Nächsten sagen sich, nee, ich bin hier mit dem Körper auf der Erde, was auch richtig so ist, weil es wird hier immer nur praktisch manifestiert, das ist leider so. Klar, auch mit dem Geist, wir ziehen an, aber wir tun auch was, ja. Das heißt, wenn das Kaliber, was du toll findest, an Mann, nun mal eine sportliche Frau haben will, dann ist es keine Einladung, um auf der Couch zu sitzen, ja. Und wenn dann eine rumschreit von wegen, äh, das ist so oberflächlich, dann willst du ihn vielleicht nicht wirklich. Weil man muss auch respektieren, was der andere will. Und nicht nur, was man selber will. Und dann stellt sich die Frage, wie egoistisch ist man wirklich? Und wie sehr erhellt oder spirituell tut man sich nach außen? Aber das ist jetzt nur ein Denkanstoß für alle, die da überhaupt nachdenken möchten. Weil ich weiß, es gibt auch echt Kandidatinnen, die hier glotzen, wo ich mir denke, so alter Schwede, ey. Wie lange guckst du schon die Orakel? Zehn Jahre oder so? Also ich verstehe, dass das Leben schwierig ist. Aber das ist einfach wirklich keine Einladung, auf der Couch zu sitzen. Ich meine, du kannst auf der Couch sitzen. Vielleicht kommt dann irgendeine andere Type, die einfach dann besser zu dir passt, ja. I'm sorry, aber das ist so. Klar gibt es auch diese Beispiele, ja, wo irgendwie ein, ähm, was weiß ich, ein amerikanischer, durchtrainierter NBA oder sonst was, Basketballspieler oder sowas, mit einer, ähm, mit einer McDonalds-Brumme irgendwie an seiner Seite, ähm, läuft. Ja, das gibt es ja alles. Ich sage ja nicht, dass es das alles nicht gibt. Aber die Frage ist halt, wie wahrscheinlich ist es? Und möchte man sein Leben verjubeln auf der Couch? Oder will man eigentlich leben, ja? Und das ist ein bisschen so die Preisfrage. Aber die darf sich jeder selber stellen. Und ich tue ihnen nicht sagen, wie man zu leben hat, ja. Also, um Gottes Willen. Also, jeder hat seine eigene Logik. Und wenn du das Gefühl hast, nee, ich gehe meinen, ich, äh, weiß nicht, also, äh, ich glaube auch so an, an meinen Kram, der zu mir kommen wird, dann ist das wunderbar, ja. Ich meine, ich finde es, ich feiere es auch ab. Wenn die Leute dann auch so, ich sag mal, bei sich bleiben und sagen, nee, nee, das machen wir schon so auf meine Art, ja. Also, immer mit einem Augenzwinkern. Aber ich meine nur, wir leben doch nicht im Himmelreich, ja. Das wird so verklärt in diesen spirituellen Kreisen. Und das ist natürlich auch, dann dauert es länger, ja. Ich meine, man kann auch viel mehr Menschen anziehen, die einen toll finden und dann aus einem Pool auswählen. Das ist ja auch das, was traditionellerweise Frauen immer gemacht haben. Und es gibt auch noch eine Wahrheit über Männer, falls es überhaupt ein Liebesthema ist. Eine Wahrheit über Männer ist, ähm, Männer fühlen sich zu Frauen hingezogen, die auch andere Männer toll finden. Das ist dieses Buhlen, dieses Kämpfen, dieses Jagen. Und das können wir scheiße finden, oder nicht? Ey, Biologie ist Biologie. Und es ist das, was dann einfach die Spiritualität unterscheidet, einfach vom irdischen Leben. So, einige, die hier rumkämpfen, ja, ob es jetzt ein Job ist oder ein Partner. Ah ja, die werden natürlich den Weg nicht bis zum Schluss gehen, weil die haben sich verloren in diesem ganzen Geistigen und bleiben dort hocken. Und deswegen sind deine Chancen trotzdem gut, ja. Und es gibt halt immer noch die Träumerchen, die auf halber Wegstrecke sowieso den Geist aufgeben werden. Ja, ja, weil das ist hier dein Ding, ja. Das ist dein Herzensweg. Vielleicht geht es hier auch um Berufung oder um das, wo dein Herz wirklich hin möchte. Genau, das ist nämlich deins, wo du wirklich hin willst. Das ist schon mal gut, ja. Fängt ja schon mal gut an mit dem gebrochenen Herzen. Na super, was haben wir noch? Ihr sollt mehr Action machen. Ihr sollt mehr Action reingeben. Irgendwie einen anderen Weg gehen, damit die Blockade weggeht. Hier ist eine Art Blockade. Was ist, wenn du an dir selber arbeitest, dich fragst, ja, so richtig, so therapiemäßig, ob du dir einen Therapeuten suchst. Oder ob du tatsächlich aufschreibst und versuchst selber, dich zu fragen, wo kommt die Blockade her, was kann ich tun, wann hat das angefangen, die Blockade, von wem habe ich das vielleicht auch geerbt oder so. Ja, es muss eine Entscheidung getroffen werden. Vielleicht musst du etwas opfern, um hier den Weg weiterzugehen, ja. Ihr werdet wissen, was ihr opfern müsst. Wenn es um eine Karriere geht, dann muss man vielleicht irgendwie das zu lange Sitzen auf der Couch irgendwie opfern, ja. So doof das auch klingt. Aber irgendwas muss hier geopfert werden. Du wirst es am besten wissen in deiner Situation. Aber wir gucken einfach mal weiter, ob du es schaffst, das überhaupt. Ja, du wirst dich langsam auf den Weg machen. Das auf jeden Fall. Und du wirst, das Ritter der Münzen ist ein super langsamer Ritter. Also du wirst aber trotzdem sehr viel langen Atem beweisen und hier einfach den Weg durchgehen. Also sehr stoisch sehe ich das hier schon. Stur, Erdzeichen, ja, 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 ja. Wowie, ihr Lieben. Ja, ihr werdet das durchziehen. Was auch immer das hier ist, ja. Ja, ihr werdet auch hier Auswahl haben an Liebesverbindungen. Du bist die Königin hier, ja. Also hier sehe ich Gewinner, ihr Lieben. Ihr seid Gewinner, okay. Welche Situation du auch gezogen hast. Aber ihr müsst halt schon vielleicht bestimmte Sachen irgendwie ad acta legen, damit es klappt. Damit ihr nach vorne kommt. Euch auch, also wirklich innere Arbeit machen und die Schritte unternehmen und machen, die da wichtig sind. Und dann bist du on top, ja. Du bist hier die Königin. Wenn du eine Frau bist, wenn du ein Mann bist, bist du trotzdem in einer Power-Energie extrem. Das Königin der Stäbe, die hält das alles durch. Und dann kommen auch die Männer hier und du suchst dir einfach den richtigen aus. Bitte schön, ja. Damit die Evolution ein bisschen Grips und ein bisschen Moral wieder mal hat. Weil wenn wir uns einfach vermehren und einfach machen nach Lustprinzip. Ich weiß ja nicht, wie doll das ist. Ich meine, ich will das nicht jedem sagen, wie er zu leben hat. Aber so viele gebrochene Herzen heutzutage, ja. So viel Patchwork-Familien, Zeug und so. Das kann man einfach vermeiden. Wir Frauen haben eine wahnsinnige Verantwortung. Also, aber man kann die Männer auch ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen. Weil sie wertschätzen ja eh, wenn sie um etwas gekämpft haben, wertschätzen sie es ja mehr. Und da kann man dann auch von ihnen, finde ich, einen Ausgleich verlangen. Dafür, dass man einfach mehr Verantwortung trägt und diese Verantwortung auch annimmt als Frau. Und das wurde ja auch traditionell immer so gemacht, ja. Und das hat nichts mit Aufopferung zu tun oder mit Selbstständigkeit aufgeben zu tun als Frau. Sondern das hat was damit zu tun, dass es Gerechtigkeit ist. Und jede Frau fragt sich in ihrem Herzen oder kann sich in ihrem Herzen fragen, was ist denn gerecht in dieser Situation und was muss ich fordern, damit es gerecht bleibt in dieser Situation für mich und auch für die anderen und auch für meine ungeborenen Kinder. Irgendwie, auch wenn man keine Kinder mehr haben kann, man hat doch ein psychisches Grundgerüst als Frau. Und das ist viel fragiler, als wir uns das eingestehen wollen, finde ich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das war, meine Lieben, das Orakel. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wenn du sonntags guckst. Ansonsten ist dieses Video natürlich zeitlos, sondern themenabhängig. Tschüss, eure Michelle Direll. Und für persönliche Readings bin ich für dich von Herzen da. Ich arbeite mit den Karten, aber auch mit Datenvergleich, Numerologie, Astrologie, Human Design. Wenn du das auch mithaben möchtest, ist es sehr, sehr treffsicher dann natürlich. Dann wird es alles nutzen. Ich weiß, wie man das nutzt seit vielen Jahren und so. Aber ansonsten kann man auch kleine Kartenreadings haben von mir. Ciao, alles Liebe, die Michelle Direll. Ciao, alles Liebe, die Michelle Direll.